Herzlich Willkommen zurück bei Horizon Zero Dawn mit der Aloy so Ja Aloy genießt hier den Schnee in der Wüste hervorragend Es machen immer die am meisten Ärger bei denen man es am wenigsten erwartet Jo So okay Ich habe mir jetzt im Übrigen mal kurz nachgeguckt wegen Datenpunkte Ob es da irgendeine Karte gibt So wir haben hier irgendwo einen Würfel Guckt mal wir haben um diesen Würfel zu sehen Das heißt hier muss irgendwo ein Datenpunkt rumliegen Klarer Feuer Diese Würfel die wir oben manchmal sehen das sind Datenpunkte Das ist die Frage wo genau Hier oben drüber Das ist danach zu suchen jetzt wirklich das ist Furchtbar das ist eine Lebensaufgabe So Da drüben eventuell Kurz reinschauen kostet doch nichts Ich habe dir gleich ein paar auf die Nüsse da drüben Ihr könnt tatsächlich mal gucken Spezialobjekt da hat er keine Schatzkästen Spezialhinder zu Spezialhinder könnten wir mal gehen Ich glaube kaum dass irgendjemand eine Karte hat hier davon Sieh dich doch mal um Ich mache dir einen guten Preis Äh Ob sich mein Bruder wohl den gleichen Sonnenuntergang im Sonnenfall ansieht Das Problem ist Wir eiern hier irgendwie um diesen Würfel gerade die ganze Zeit drum herum Nee Jetzt müssten wir wieder in die Richtung Hier dahinter oder wie Irgendwo Eventuell Keine Ahnung Also hier die Richtung irgendwie Da Zwei Zahnen Ach weißt du was komm leg mir mal Arsch Wo haben wir Spezialhändler Ich wollte mal zu einem Spezialhändler Aber Wer darf eine Karte kriegen Das halte ich für ausgeschlossen Irgendwo Spezialhändler Banukfiguren Spezialhändler Artefakt Sammelobjekte Verschiedene Sammelobjekte Geheimkisten Was Wir gehen mal hier Äh Quatsch Wir waren noch gerade dort Wir gehen mal hier nach Meridian zurück Ich wollte mal die ganzen Äh Dinger hier umlaufen Die ganzen Gebiete Ob da Ob wir da nicht noch irgendwo eine Nebenquest finden Ansonsten würde ich direkt jetzt Äh Äh Die letzte Hauptquest hier starten Also wirklich ohne Karte hier das zu machen Hier Diese Dinger zu finden Das ist Das ist unmöglich Man müsste mal so wachen Auge Hier durch die Karte rennen Das schaffe ich nicht Dafür bin ich wirklich viel zu blind Da Wenn ich hier Spiele spiele Um sowas zu finden Da brauche ich mir für das Frosenwaldgebiet Da oben auch noch welche Da sind die Dinger auch noch welche rum Garantiert Ich bilde mir aber ein Äh In Frosenwald Oben da war auch irgendwie was mit dem Jagdgebiet zu finden Stimmt Ich wollte ja auch den ganzen blauen Glanz mal abahnten Oben Aber aufscreen wollte ich das machen Ui Eine Frau in einem Auto Äh Ja Wir klappern hier mal die Händler Alter Ne Gehen wir mal hier zu den Händlern Aber ich hab Hä Ich kenne wir doch Ne Wir lassen die Oseram entscheiden Was mit ihm passiert Aber er hat versucht Nein Geh doch mal auf den Weg hier Oder ich hau dich So Spezialhändler Was haben die hier alles anzubieten Zurück aus der Wildnis Hast du Banouk Relikte Puh Dann frag mich mal Äh Hm Erzähl mir mehr über die Banouk Figuren Ne Ne Er hinterließ die Jetzt ziehe Ich werde sie dir abkaufen Ja Ist ja gut Fertig Lass uns handeln Ja Hör auf zu quaken Mann So Spezialobjekte Karte Metallblumen Hab ich Banouk Figuren Hab ich alles Panoramik Ein altige Gefäße Hab ich So Kratzkisten Kateras Belohnungskiste Äh Banouk Artefakt Ja Nehmen wir doch Ja Komm wieder Wenn du Banouk Sachen findest Ja ja Dann geh doch selber suchen Ich bin doch nicht mit sitzen Ich bin doch nicht euer Dröckel So Warte mal Hier Spezialobjekte Spezialobjekte Schmutziger Korb klein Dieses Objekte Verzählen kann Hat keinerlei Wert Außer für die Vielseitensammler Ein Behälter Was will ich mit dem Schrott Was macht man damit Rostbolzen So wir haben Wir haben also den Müllbanden Hier vom Spiel gefunden Sauber Super Wo war der jetzt Halt mal hier unten rechts Hier Ja Äh Ne Wo ist der Abfall So Worüber Die Sehr gefragt Wenn du mir welche bringst Bekommst du etwas wertvolles dafür Diese Metallblumen Was ist das genau Das weiß niemand Aber es heißt Sie sprossen vor 20 Jahren Als auch die Maschinen verrückt wurden Vielleicht waren es die Tränen der Sonne Der vielgesichtigen Gottheit Nicht wahr Er ist voller Zorn Dann kühl und geduldig Vielleicht beweint er unser Leid Wenn sein Zorn ihn verlässt Kennt ihr Ali Baba und die sieben Räuber Sah da nicht auch so aus So Ah Feilschen wir um diese wunderschöne Beute Also die Die Gesprächsoption Hier bei Gerade bei den Dingen Wenn es um den Metallblumen geht Dem zu sagen Hier Wir haben die Wenn man Metallblume Ja komm hier So Spezialobjekte Was haben wir Karte Ich glaube nicht Dass wir eine Karte bekommen werden Auf Wiedersehen Edle Nora Ja danke Was ist ein Augenblick Fremde? Ich war unter dem alten König Dass die dann immer Neselben Scheiß reden So Wo war ich Hier unten Oder mal Hier war ich gerade Hier war ich gerade Bei den beiden Oder Ja das nützt nichts Hier die ganzen Händler Jetzt abzuklappern Die haben da eh nichts Komm Okay Ich glaube hier durch die Sinnlos hier durch die Lava zu rennen Und noch Nebenquests zu suchen Ich glaube das würde ich wirklich mal Aufscreen mit Angriff nehmen Würde ich mal dann rausschreiben Wo und was hier noch zu finden ist Das würde ich dann halt machen So Hier oben den Blauglanz zu holen Warte mal Wir gehen mal hier hoch Wir gehen nochmal in den Norden Bevor wir jetzt hier irgendwo wieder Da gehen wir von hier aus hin Da ist doch auch noch was mit Jagdgebiete Gibt es hier wirklich auch noch ein Jagdgebiet? Erledige einen Feuerklau innerhalb von zwei Minuten Ja Wahrscheinlich ist das auch so ein Knackpunkt Der uns noch fehlt hier oben In dem Gebiet Ich habe Angst Warum mache ich das? Warum tue ich mir das an? Ich will lieber mit Tetris spielen gehen Oh ja komm du mach Ja So Das würden wir gleich mal in die Siedlung verlassen Das würden wir gleich mal festhalten Hier das ganze Ding Guck mal hier So geht das nämlich Hier und dann ja drücken So Wir wollen jetzt erstmal Wir wollen Hier hin Die Ecke kenne ich irgendwo her So Warte mal wir eh gerade hier sind So gehen wir hier die Strecke hier die Straße lang Dieses Eisgebiet wird uns nie in Ruhe lassen So hier hoch Kommen wir hier rechts hoch Für den Blauglanz Weil wir hier sind können wir den noch mitnehmen Wir kommen ja nie zu dem zur Hauptquest zunächst Kalt Sehr kalt Hier muss der Blauglanz sein Oh ja Ja Wo genau Die Karte ist natürlich wieder mal ultra präzise Warte mal Wir machen mal hier das Häkchen hin Aber Bringt mir auch nicht viel Mal mal Ich könnte schon wieder hier die Wende hochgeben Okay So Wo ist denn der Scheiß jetzt schon wieder Da Bin ich doch gerade dreimal lang gerannt Für eine Handvoll Blauglanz Trotz ich gerne der Eisis Kälte Oh ja Da sind wir wieder gierig Was Das ist typisch Frau Wenn irgendwas nach Geld stinkt Ah Keine Angst So Ups So Hier nehmen wir alles mit Ich ahne Schreckliches voraus Hier Ich ahne Schreckliches voraus Oben ist ja tatsächlich was So Wir gehen aber hier rum Oder Nee Hä Wir müssen hier unten Hier ist die Straße Guck mal Hier stehen sogar Lampen So Beginne die Jagdprüfungen Hier wollte ich doch fahr Maschinen mit der Sturmschleuder erledigen Kontrollprüfung 55 Sekunden Schalte die Maschinenwellen aus Ach du heilige Scheiße Warum habe ich das getan Schnee wie ein Jagdgebiet Alter Warum So wie komme ich überhaupt hier hoch Jo dann müssen wir hier Können wir hier klettern Wir gehen erstmal da hoch Hier ist noch ein ganzes Jagdgebiet zu finden Ich werde zum absoluten Ethos hier Ich werde zum Schwein So Hä Ich muss ja auch die komplette Dessen spielen Wat Wo Alter So hier ist natürlich wieder das Lauerfeuer Wir speichern das hier oben mit ab Ich will nicht Ich mach gleich aus Was ist hier noch Der Sprengschleuder So Jetzt haben wir das ausgeräumt Das Problem ist Das müssen wir gleich nochmal speichern Ansonsten muss ich die Wenn ich neu lade Immer wieder ausräumen Oh Das schwerste Jagdgebiet Wird dann tatsächlich Das Ding hier sein Was hast du für mich Waffen Wann hoch eistern Haben wir alles schon Verbesser das Schmiedefeuer Haben wir alles Brauchen wir nicht Outfits Das haben wir an Das hat Eil Trägt Er gehabt Maschinenplatten Schützen Eisschaden Typische Kleidung Protzige Protzige Rüstung Ne Brauchen wir nicht Das Ding haben wir So Dass es davon nicht noch Eine dritte Variante gibt So Rohstoffe Draht Fallen Schatzkisten Ne Komm So Wo sitzt derjenige welcher Du musst doch wieder einer sitzen Ich hab ein bisschen Faschen West Neben Jo Jagdgebiete Hier Alter Die sieht man nie Das Überall im Schnitt Erklingen Lieder Von dir Jägerin Was ist denn Die Prüfungen stehen dir offen Einst ein Häuptling Immer noch genug Häuptling Für mich Ui Ui Welche Prüfung Interessiert dich denn Jägerin Keine Ich will wieder gehen Kontrollprüfung Die Kontrollprüfung testet deine Fähigkeit Die Macht der Sturmschleuder zu nutzen Nur die Klügsten verstehen diese Schamanenwaffen Und nur die Mutigsten nutzen sie Was ist Räng oder Sturm? Es geht los wenn du den Schnee am Fuß des Seils berührst Es dauert etwas die Maschinen vom Pass in die Arenen zu locken Danke Begib dich dann hinab Mit der Sturmschleuder Haben wir eine Sturmschleuder? Warte mal Sturmschleuder Was war jetzt die Sturmschleuder? Äh 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 Patenschleuder Was war jetzt die Sturm? Keine Ahnung Patenschleuder Sturm Sturmschleuder Halperfalle Sturmschleuder Springschleuder Munition Hä Keine Ahnung was die mit Sturmschleuder meinen Wir probieren es einfach mal aus Keine Ahnung welches jetzt das Wichtige ist Verdammt Mit Dez Geib Apf Keine Ahnung Aber der Scheiß haut rein. Ich sollte das schnell zu Ende bringen. Warum habe ich diese super Waffe nicht von ihr gehabt? Ich könnte es doch verwisker. Ja, das bringt doch alles nichts. Laden. Was zum Geier ist die Sturmschleuder? Oder ist das hier so ein Maschinengewehr oder was? Da war doch irgendwas. Ich muss jetzt erstmal gucken. Sturmschleuder. Highstone. Das ist die Sturmschleuder. Warte mal, jetzt können wir doch aufrüsten das Ding. Warte mal, warte mal. Waffen modifizieren. Waffen modifizieren, nicht Outfit. Sturmschleuder wollen wir das Ding. Mieterfeuer. Sturmschleuder. Wir haben da sogar eine Lieder. Ne, ich werde verrückt. So, was haben wir hier? Schock. Ach, verdammt. Warte mal. Warte mal. Inventar. Wir haben so einen Haufen Modifikationen hier. Und nichts können wir nehmen. Äh, das machen wir mal weg hier. Ich hätte gern sowas da drauf gesetzt. Warum darf ich das nicht? So. Wir gehen mal kurz in die, äh, bevor wir das heute noch großartig anfangen. Geschweige denn fertig kriegen. Das ist Waffenspule. Ja. Outfit Gewebe. Ne. Waffenspule. Waffenspule zerlegen wir wieder. Ja. Outfit Gewebe zerlegen wir auf. Waffenspule. Ja, genau das. Ist jetzt scheiße nämlich wieder voll. So. Waffen. Ne. Modifikationen. Komm weg damit. Gewalt nur noch lila Zeug. Egal was es ist, weg damit. So. Äh, Waffen. Ne. Quatsch. Schatzkisten. Waffenspule. Waffen. 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 Ne, Quatsch. Wenn wir auch alles verkaufen können beim Händler hier daneben. Schatzkisten, Waffenspule Ja, nehmen wir mal Ach, diese kleinen Kisten, warum packen die das nicht gleich so rein, wie es zu sein hat Alter Wir müssen einem das wieder eh lehentlich lange machen Nahkampfschutz Ist das alles für eh Die nehm ich jetzt nicht mit Metallscherben, ja die nehm ich mit Metallscherben, ja komm Lol, Metallgefäß, nehmen wir mit Na, ach man, was machst denn du So Herstellen Biedefeuer, äh, Eisdom Ja, das Ding hier Ja bitte Handhabung Jo Nehm ich mit So Jetzt hätte ich aber gern noch Inventar Platzkisten Ne Waffenspule 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 Teilband Waffenspule Wollen wir was grünes So Herstellen Können wir hier noch was Waffen Modifizieren Waffenspule 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 Eine Handhabung bei dem Ding ist natürlich auch sehr wichtig Komm, Scheiß drauf, nehm ich Jo So Das Problem ist, jetzt habe ich das alles gemacht hier Kann hier aber nicht abspeichern, das muss ich dann nochmal machen Ich würde jetzt einen was machen Wo ist der Alter Wo Oh Ja Scheißegal Ja Ich mache jetzt Prüfung abbrechen Sehr gut Wir beenden die Prüfung Ja Komm So Mir reicht es mit dem Training Dann reicht es dem Trick Ja die Klappe So Nur damit wir jetzt speichern können hier das ganze was ich gerade gemacht habe So Nur aus dem Grund habe ich jetzt die Prüfung hier abgebrochen So So Und jetzt nehme ich sie wieder an So Na Die Besten sind die die zurückkehren Ja Halt's Maul Ja komm Kontrollprüfung war das oder? Ja Die Kontrollprüfung testet deine Fähigkeit die Macht der Sturmschleuder zu nutzen Nur die klügsten verstehen diese Ja ist gut Die Kontrollprüfung testet deine Fähigkeit die Macht der Sturmschleuder zu nutzen Nur die Klappe Verdammt nochmal Hier Hier habe ich ihn drückt Ja halt Halt die Backen So jetzt müssen wir uns jedes Mal aufs Neue hier die Waffe hinstellen So Sturmschleuder Das war das Ding Okay Oh Okay Sturmbolzen Problem jetzt haben wir nämlich die auch Vorbild zu sein damit Da ist wohl jemand aufgewacht Da ist wohl jemand aufgewacht Da ist doch mal mit dem Scheiß jetzt muss ich ja noch welche finden ja komm schieß mit dem Ding boah alter ich herrse diese Dinger so kommen wir jetzt hier hoch jagen sie mich naja mach mal jetzt finde ich dieses Ding schon wieder nicht ja Platz 1 vor allen anderen Jägern das waren gute Banouk stark siegeshungrig aber nicht gut genug so habe ich eigentlich wieso schießt die mit Jock so haben wir das erste von dem Ding hier geschafft so das war erstmal genug für mich wenn du mehr willst komm wieder jo so ok speichern wir natürlich direkt wieder hier oben drauf jo damit hätte ich jetzt ehrlich gesagt wirklich nicht gerechnet dass wir hier nochmal in Jagdgebiet tatsächlich noch dazukriegen mit dem halt mir war irgendwo ich hab auch das hab das hab das auch irgendwo mal gelesen gehabt aber dufe 40 so die erste Prüfung mit der wenigsten Zeit die haben wir natürlich geschafft so deswegen hasse ich diese Dinger diese diese Waffen was wollte ich jetzt eigentlich ich wollte irgendwas gucken Quests oder ne quatsch so wie gesagt Jagdgebiete das erste das erste haben wir so schalte Maschinenwellen aus erledige alle großen Maschinen hm ok gespeichert haben wir gut dann machen wir Feierabend für heute so ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal für das Zusehen so ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja Daumen nach oben und lasst mir ein Abo da und damit einen schönen Feierabend und Ciao